Willkommen zu Part 24 von Let's Play 2 für alles zu erinnern Und wir sind immer noch an diesen scheiß Sharecraft Generatoren hier Und ich versuche immer nur diesen verlassen Typen hier zu erledigen Na jetzt auch alle... Wieso habe ich die letzte noch nicht eingesammelt? Okay... Dann kommen wir gleich noch inzwischen weg Okay... Äh... Aber... Der nervt auch die ganze Zeit vor... Und wir sind hier auch in Gefährten Okay... Ich versuche endlich diesen verdammten Typen damit zu besiegen Der hockt da wieder... Gerade hat ein Werfeld... Ich treffe ihn wahrscheinlich gar nicht... Scheiß Ecke... So jetzt mal... Und Bums... Endlich... Da ist wieder so ein... Nein, nein, nein... Hehehe... Ey gut, dass ich hier gesprach gehört hab... Oh man... Okay, diesmal will ich Gesundheit fahren Und durch... Boah, das war knapp, okay... Ja... Hm... Sterben macht Spaß... Viermal oder wie oft bin ich jetzt hier eigentlich krank bei dem Typen? Ja... Okay... Jetzt ignoriere ich den einfach hier... Ich muss doch in Ruhe... Ja... Abschloch... Noo... Ich will den erwischen und krieg den anderen... Höhle... Ja... Ich lege das hier an Level 4... Und der Höhle für dich sage ich nur... Ich kann nicht mit alles spiegeln... Oh mein Gott, Laserfall im Dunkeln... Lass es schiessen. Das war nichts. Ich liebe diese Explosions-Moniton. Wieder so ne Type. Ja, komm, wir unten wieder wie unten färben. Zwei von den Idioten! Oh, ey. Doch, sag's doch nicht. Nächste. So kriegst du drei Videos. Der Type lebt doch! Oh, ich kann, ey. Ich sporte mich schon wieder, ist klar. Okay, in dem extra da waren wir schon. Nein, lass mich halt durch! Verdammt! Und das heißt, wieder hierher? Ja! Das wäre so okay, das hier in- und auswendig. Oh man, ey! Okay, sind wir entspannen, oder nicht? Wir sind entspannen. Und los! Boah! Ach ja, rechts und links sind auch noch so welche Türen oder sowas. Das sind halt nur Extrasse und dann geht zum Beispiel nur Waffen oder sowas. Ach, scheiß, wieder falsch, ey. Wait. So, da geht's her. Was ist irgendwo noch so der Type? Ich mach auch die jetzt. Ich sterbe gegen die Nose. Also... Was hab ich denn davon? Detektionsverbrauch. Recht durchgehend! Ja, und krieg vom anderen Typen wieder was drüber, ist klar. Und dann ist das schon der Dunkel, das ist die weise Stelle hier. Ja, kriegt trotzdem andere, weil das klar. Super Grafitation hier! Und, ja, checkpoint! Endlich! Verdeckt nach schlechtem Typ vorbei. Der Typ ist vorbei, dass wir in Ruhe der Backpack auf den Seinen Alltag. Der Explosions muss ich nicht so, kann ich einmal gebrauchen? Ich glaube, ich muss diesen Scheiß-Bobo-Arsch anknallen. Wenn ich ihn dann mal treffen würde. Gibt's nicht. Ah, okay, so. Verdammt. Das gibt's nicht. Ich treff die Krise einfach gar nicht mehr. Ja, 20, ich muss uns mal nichts hier holen. Das ist ja wie so ein altes Handy hier. Was ist da? Daher, stirbt! Oder? War ich da? Ja, lieber, ich geh da nur mal hin. Auch nicht schlecht. Voll... äh, Kollegen-Morchen. Okay, doch, jeweils. Ach, hier. Das ist auch nicht schlecht. Der Alien vernichtet wird ein Cyborg. Ja, und einfach... verdammt. Natürlich, das kann nicht gut gehen, so was. Warum mache ich so was eigentlich? Ich glaube, weil ich so keinen Bock mehr habe, diese Scheiß-Bobo-Arsch zu machen. Und... ... es ist wahrscheinlich recht schwank hier, aber Teller. Gut, er wird ja auch noch aus頭 und ausgelöscht. Man muss halt nur die Laker selber treffen und das ist nicht schön. Fatal Error. Ein schwerer Anwendungsfilter. Yay, nur zwei mehr. Alles gut. Okay, die Teile kann man jetzt auch nicht abschließen hier. Geht's denn hier weiter? Oder geht's hier gar nicht weiter? So eine Falle oder was? Ah, okay, da geht's ja. Da ist noch so ein verdammter Alien. Lass mich nur. Boah, wie versteckt ist das? Dank Karte. Ich liebe diese Karte. Ich sag ja. In den ersten Parten von Karte ist der beste Freund. Oh, schon. Ich kann nicht runter. Geh mal runter. Geh doch. Geh! Geh, ich verwahr hier mal direkt mit dem Parten. Was ist denn, als ob... ... oder überhaupt... ... gleich oder so. ... in der Brunnen runter falle oder so? Sonst will ich sterben? Der, 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 der... Stirn... Er wird es nur okay, ich lasse ihn einfach nehm... Ne mehr... Rums... Komischer... Stirn... Ich steh wieder die ganze Zeit auf das Schulte, das ist jetzt nicht wie gut... Was ist das? Was ist das? Backpack! Das liegt doch! Ja, das ist ein Backpack! Ey, es gab doch nur das Backpack und ein bisschen Munition. Leid, ich will die nochmal hochfahren. Ja, super! Mega Fahrstuhl! Oh, oh, wer kommt jetzt? Wer kommt? Oh mein Gott, ja. Alle drohen hier. Wer kommt voll jetzt, Leute? Der erste Boss in diesem Löffel. Der T-Rex. Ich lasse es einfach mal laufen. Der T-Rex. Der T-Rex. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020